Ich bin jetzt hier zu Fischböch bei Linda Bernert und Julia Ineiken. Die zwei Frauen bieten Reitstunden an und überraschen mich mit einer Privatreitstunde, die ich bekomme. Ich bin sehr gespannt. Hier macht Linda Bernert den Freiberger Wallach Erik für mich zum Reiten bereit und bringt ihn dann auch gleich auf den Reitplatz. Musik Zum Einwärmen lässt sein Rost allein ein paar Runden und traben. Und danach hilft mir dann Julia Ineiken, auf das Rost zu gehen. Musik 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 Zum Anfang führt Linda das Rost an kurz alleine, damit wir uns aneinander gewöhnen können. Und ich muss sagen, die Welt aus dieser Höhe zu betrachten, bin ich mir überhaupt nicht gewöhnt. Aber es macht mir Spass. Musik Musik Nachdem die Angewöhnungsphase vorbei ist, zeigt mir Linda die nächste Gangart, den Traben. Sie erklärt mir, dass man entweder einfach im Sattel sitzen bleiben oder auch den Rhythmus nutzen kann, um aufzustehen und abzuschauen. Dann sagt mir dann nicht den Traben. Musik Musik Meine schnelle Reitstunde ist beendet und Erik hat auch ganz viele Streichleinheiten verdient für seine Geduld mit mir. Musik Ich habe eine spannende und lehrreiche Reitstunde hinter mir. Die beiden Schwestern bieten aber mit diesen Rössern nicht nur Reitstunden an, sondern auch ganz andere Sachen. Was, das erfahren Sie heute im Festival. Musik 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 Musik